Ein Hetze! Ein Hetze! Nein! Gegrüßt, verehrter Doktor Paar! 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 Hört das Wort, das Wort Johannes. Hört das Wort, das Wort des Herrn. Hört das Wort, dieses Selbst mit eigenen Augen. Hört das Wort um die ewigen Gelei. Fiel sich in ein Mädchen ein. Ja, an diesem Ostertag blieb die Neunte allein. Die Neunte wollte keiner frei. Sie jagte zu viel Achtung ein. Sie war bläsen, war geleert. Ihr Rundwerk war bemerkenswert. Wieso sollte ich mich von einem von euch erwähnen lassen? Ich will keinen von euch. Wo ich einen von euch nehme, heiratet lieber Dr. Luther. Sie heiratet Dr. Luther? Ach! Als die erste Glut. Liebe ist oft schwer. Liebe braucht oft Mut. Du bist mein, du bist mein Leben. Deine, deine Hand. Jetzt kommt für alle Zeit, nein! Die sind irre gelanget, denn nun deine Tag am! Doch am meisten suchen wir stets nach der Liebe. Die Liebe, die Liebe, die uns annimmt, genauso wie wir sind. Dann kommt vielleicht die Wahrheit ans Licht. Und bald kommt ein Sturm auf der Weg, was wir kanten hinfort. Jetzt kommt für alle Zeit. Jetzt kommt für alle Zeit. Wie wir denn marschieren, die Zeit unserer Frohung ist vorbei. So viel wird sich ändern, nichts bleibt, wie es war. Wie wir denn marschieren, und bald schon sehr bald sind gefragt. Wечно massen. отдель любов partie für alle Zeit? Das war densten, anderen Stahl, der Loveiają. Sehr gut für alle Zeit. Und einfach! Untertitelung des ZDF, 2020